Ach, da haben wir ja den Laurens vom Ton. Umfrage Institut Licht. Was macht für Sie den Fürstenhof aus? Der Fürstenhof, nette Kollegen, tolle Schauspieler, gute Unterhaltung und einfach ein tolles Arbeitsumfeld. Und gerade für den Ton, was ist das Besondere? Tja, also das Besondere im Ton ist einfach die Stimme der Schauspieler und dass die gut recordet wird. Und dafür sorge ich. Cool, dankeschön. Danke dir. Bis später. Bis später. Ciao.